Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde BattleRide. Und diesmal ist Fabel in meinem Team. Und wir werden mal schön Gecko und Plüschbombe aufs Maul geben. Denk ihr! Denk ihr! Zumindest ist das der Plan. Wir werden uns weiterhin durch die verschiedenen Champions arbeiten. Und gleichzeitig auch immer wieder, wenn möglich, eine neue Karte auswählen. Wie zum Beispiel jetzt Skyring. Ich glaube, die haben so ein bisschen das Elementethema, oder? Das erste weiß ich gar nicht, was das war. Aber das zweite, was wir gespielt hatten, das war auf jeden Fall Wasser. Und das hier ist jetzt irgendwie so Sky. Sky. Das ist Luft. Luft und Himmel. Achso, ja, Woller schaut übrigens zu. Die kann jetzt also auch mitreden. Das heißt, wir sind jetzt zu fünft, spielen aber momentan noch zu viert. Wir werden aber auch die drei gegen drei spielen, keine Frage. Und während wir darauf warten, dass Fabel auf bereit geht, würden wir... Sagt da doch einer. Habe ich doch gerade. Ah, den Empathelspiel wollte ich auch mal ausprobieren. So, ich nehme jetzt mal den hier. Also, ähm... Weißt du eigentlich, der Unterschied zwischen der R und der F, die hängen irgendwie miteinander zusammen, oder? Die F braucht nur eine Aufladung. Ja, die R braucht nur eine Aufladung. Die R braucht eine. Die R, genau. Und die F braucht vier, oder? Oh Gott, da kann man aber nicht runterfallen von der Map, oder? Na, bestimmt nicht. Nee, ich glaube nicht. Bisher sind wir doch noch nicht in Wasser gefallen. Die R ist quasi eine schwächere Ultimate. Guck mal, wie süß ich bin. Oh, ich bin verwirrt. Oh Mann, das ist... Ja gut, äh... Wir wissen ja dann, Fabel, wer was ist bei uns, ne? Guck mal, ich habe einen Dämonenross. Na, ich bin OP, ich habe einen Kiebel. Das war das Reitier, das läuft dann schnell. Na, das Reitier ist gleich weg. Was ist meine Rechtsempfähigkeit? Oh Gott, ich teleportier. Und ich, äh... Hilde. Und ich, äh... Nein, die alle sehen. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Vorsicht! Ich drücke aber alle Tasten und der bei der ist er. Überraschend. Ups. Der macht tot. Spiel zu Twitch, kann das sein? Du gehst Twitch. Alter, das war knapp. Jetzt müssen wir noch Plüschbomöer aufs Kreuz kriegen und dann ist alles gut. Und ich bald hier auf Rumpel. Und ich bald hier auf Rumpel. Ultimate bereit! Wo bist du, Plüsch? Oh nein, ich habe meine Ultimate verhauen. Oh nein! Oh nein! LOL! Das waren aber richtig, richtig weitreichende Raketen. Granny hat, äh, Obstkuchen ausgeteilt. Oh, was? Äh, und ich hatte gerade... Ich schweiße. Äh, schade, weil ich da tue. Hm. So, nice. Survival! So, ich habe jetzt was gehandelt. Survival! Ich habe keine Ahnung, was ein Viech... Ich habe sowas von keine Ahnung. Ich habe einen Dämonen-Ross! Ich wollte gerade sagen, sieht aber schick aus. Ich habe einen Dämonen-Ross! Ja, ne? Ja, ne? Wollt ihr das auch mal sehen? Ja, lass mal nicht angreifen, nur so ein bisschen daneben stehen, ja? Ja, nur ein bisschen, nur Sprosser. Greif nicht an, ich greif nicht an. Ich will nur mal... Boah, sieht das fast aus. Das ist doch das Late-Game, ne? Das ist das Late-Game-Ross. Kann man ganz am Ende... Das ist das Late-Game, ja? Ich bin, okay. Ich bin ja schon ranked, ich bin ja schon Diamant-5. Warum hab ich jetzt einen Spiel? Okay, geht los, oder was? Hey, sag mal, du siehst aus wie, äh, Cock-Moore-Flüschbombe. Ja, wie Twitch? Nur, weil ich mich heute nicht gespielt habe. Oh, Gecko stirbt! Weil ich Mini bin und Fabel mich vorlost. Oh nein! Und ich schlecht bin, hab ich da jetzt zu sagen. Echt? Ja, Fabel! Oh nein! Ey, ich find die, ich find die Kröte, die ist echt OP. Ja. Kann ich den Charakter wechseln? Der Lizard ist total OP. Das ist er auch. Das war jetzt ziemlich eindeutig. Haben wir ja Fabel, den im ersten Spiel gespielt. Deswegen! Sie ist so Ruppel gegen uns beide! Sie ist... Wenn man seine Schiffe zieht, ich weiß. Ja, bei dem Crowcraster, glaub ich. Ähm, mit Shift, die Coo, äh, die Coo, den Camouflage hat. Die wird entstunden und zwei Mal mit den nächsten Attacken, wenn wir rauskommen. Ich runter, alles klar. Äh, ich bin... Warte mal. Ach genau. Hier müssen wir noch mit dem Shift... Mit dem Shift hab ich auch noch nicht, äh, so richtig gerafft. Ein Geld! Dass man das... Du musst gucken, da blinken dann so... Sind zwei... Ja, man muss halt diese Aufladungen haben. Ja, genau. Oh lol, du hast ja voll viel Schilde. Also ihr habt noch eine Möglichkeit. Noch eine Möglichkeit. Wir müssen immer drei gewinnen. Drei Spiele. Aua! Toxin! Ah, die muss man hier nur mit der... mit der Nahkampfattacke ran und dann... Ah, ne! Ja, aber... Uh! Ich mach' ich auch weg, ne? Ah! Ah! Da ist Kira einfach sehr ruhig gedodget. Genau. Genau dorthin gelaufen, wo ich hingegangen bin. Ja! Fabel, kommst du alleine klar? Oder soll ich mit der reinkommen? Der will nicht hier! Der will nicht hier! Der will nicht hier! Das machen wir weg, das machen wir weg! Sehr gut! Ah! Der macht die! 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 Ah! Ja! Juhu! Nein! Siehst du? Weil ihr mich fokust. Ihr müsstet mal den hier wichtigen... Charakter fokust. Ja, aber Gekko, das gibt ja auch die Shit. Du hast uns einfach verdient. Achso. Ja, gut. Ah! Okay. Ich verstehe. Nein! Das war jetzt der Point of Shame für uns. Wir hatten einfach zu arrogante Sachen. Ich wusste ah, der hat eigentlich auch Stun, aber ich vercheck immer alles und dann drücke ich irgendwie... Ich klicke nur an dem Dämonenpferd. Naja, das ist aber am Anfang normal. Komm mal mit, komm. Komm mal mit, komm. Die wollen irgendwas zu viel machen. Na ja, die sind irgendwie sneaky unterwegs, aber verstehen ja nicht, dass wir auch sneaky unterwegs sind. Okay. Meinst du es gibt extra... Also wir laufen im Uhrzeigersinn. Lauf dir gegen den Uhrzeigersinn. Nein! Ah, da sind sie. Aber das ist ja eigentlich auch noch ein bisschen gemein, dass man Zuschauer machen kann und die alles mitverfolgen können. Ah, ah, ah! Ah, das war korrekt. Ne, das war korrekt. Oh, Leute, wir sind nicht... Oh, die hat ein Shield! Ach, mein Toxin habt ihr nicht gekriegt. Oh! Wo ist die denn jetzt wieder hin? Ich geh' nicht! Lass mich! Oh, das war ja. Oh! 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 Ich hole mir die... Ich hole sie mir! Oh, schön geht das. Weg, 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 weg! Ähm. Eppe! Oh! 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 Ja, gut. Sehr gut. Ja, ja, ja! Boah! Alter, nur noch Zeitlupefekte hier. What? Was war das denn jetzt gerade? Ich hab doch Kira weggemacht, aber dann... Zeig mir, was er bleibt an. Du willst dich gerade auf einem Fleck machen. Oh, nein! Kassel... Fabel! Jetzt haben wir zwei Shame Points. Ich muss auch sagen, ich hab gerade den... Jetzt bin ich high! Jetzt bin ich high! Jetzt bin ich high! So. Oh, Leute, jetzt kann ich dich treffen und... Dafür kriegst du Leben wieder. Ich beerte. Okay. Okay. Aber auch nur, wenn ich mir noch... Du musst... Du musst ein bisschen mehr im Hintergrund bleiben, glaub ich, Fabel. Du musst auch sehr... Ich krieg' den Schrotze leider mit sich rum. Da bin ich relativ nah dran. Machst du? Das war jetzt einfach wie letzte Runde. Das war gar nicht gut eigentlich. Ja, ja, ja. Schön, schön, schön. Alles klar. Da rechnen die nicht nur. Haha. Warum bist du so langsam? Weil ich von meiner Maus runtergestiegen bin, weil ich dumm bin. Oh! 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 Oh, Gekko! Boah, man kann sogar noch nicht mal sein Vergnügen sehen, wenn der da in dem... Das stimmt, ja. Die Wände sind echt normal mit, die die Sicht nehmen. Man springst nur immer mal ein. Was springst du immer? Ja! Hahaha! Oh, das gibt's doch nicht! Nein! Oh, Gott sei Dank! Nein, ich mach sie doch mal weg! Das gibt's doch gar nicht! Den Kekko, den Kekko, den Kekko! What the fuck? Ich hab' so lange an dir range... Das sah schon fast professionell aus! Wieso hast du den Mist die ganze Zeit überlebt? Ja, ich versteh's auch nicht! Was ist da passiert? What the fuck has happened? Das hab' aber verdient, wohl gesagt. Easy. Oh, Gott, ey! Krass! Oh, das war jetzt ja echt ultra hart! Ich meine... Oh, sauber! So. So, dann werd' ich wohl jetzt Wolla einladen und Pablo muss aussetzen eine Runde. Yay! Weißt du, was mir noch so ein bisschen fehlt? Das ist ein Feedback, wenn ich aus irgendeinem Grund eine Fähigkeit nicht auslösen kann. Das heißt also, wenn ich auf E drücke und ich kann die grad nicht, weil irgendwie eine Ladung fehlt oder was weiß ich, dann hört irgendwie sowas wie DEDED oder irgend sowas in der Richtung. Das fänd' ich irgendwie ganz angenehm. Okay, jetzt haben wir zwei Tanks, oder nicht? Uff, Tanks für einen ist sicherlich nicht schlimm. Ja, cool! Tanks for the win! Ich hab' jetzt überhaupt keine Ahnung von den Fähigkeiten. Ich muss jetzt erstmal alles ausprobieren. Ja, ich auch. Vermut' ich ja auch, Herr Wohl. Ich bin... Dann ist ja gut. Also, Wolla! Möglichst schnell auf bereit klicken, damit die nicht so viel Zeit haben, ihre Sachen auszuprobieren. Bin der tot! Das macht was sehr cooles. Und das macht auch was sehr cooles. Ui! Hm. Oh, ein bisschen vor wie so'n... Oh, jetzt hast du noch nicht geguckt, was ich kann! Nee, hab' ich nicht. Boah, nice! Das sieht ja cool aus, wie man so runterfährt hier. Ich fühl mich ein bisschen vor... Komm mich ein bisschen vor wie... äh, Braun. Wie Braun. Hast du gesehen? Ja, hab' ich gesehen. Hast du gesehen? Wollah, wo ist der Fokus? Ja, hab' ich gesehen. Hast du gesehen? Wollah, wo ist der Fokus? Engage! Weißt du, es sind zwei Tanks? Gekko! Nee, der kann... Ja, okay. Nein, 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 nein. Nicht zu fokussend. Es gibt gar kein bisschen. Ey, das ist Gekko. Ach du, jetzt kann er uns. Ja. Oh, jetzt holt er sich wieder... Oh, jetzt bin ich weg. Oh, der Gekko ist so down! Der Gekko ist so down! Ich muss ihn einfach nur treffen! Boah! Oder? Gott sei Dank! Oder? Ja, schön. Den hat er auch schon mal gehört, dass er sich heute gespielt hat. Boah, zwei Tanks ist aber auch echt mies, ey. Das stimmt. Weil, ich glaub, den, der... ... den Plüschrom gespielt, ist gar kein Tank immer eigentlich. Ja. Der kann zwar ranhucken, aber er hat weniger HP... Sie spielt den als Tank. Äh, was nehm ich denn? Hm, ich will mir vor allem nicht. Oh, das macht... Das ist gut. Das ist gut. Damage. Tank und Damage. Damage und Tank. Tank und Damage. Runde zwei. Oh. Ich, ich, also es ist echt gut designen. Guck mal, das hier, vier, zwei jetzt. Boah, die machen mir so viel Schaden. Läuft. Ha. Hat er mal geblockt. Hallo. Oh, ich... Oh, ich... Ah! Ah! Oh, jetzt sieht das aber besser aus für uns. Oh, ich würde glattgemacht, aber Kira ist los. Ich kenne er jetzt überrichtig zu. Ja, ich versuch's ja. Nice. Ja, 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 ja. Oh! Oh! Was? Nein! Ist das... Ist das... Unentschieden oder was ist das denn? What is happening? Unentschieden! Unentschieden! Hahaha! Also, dass das geht, das wusste ich jetzt auch wirklich. Na klar, sie ist gestorben, weil ich hätte so eine Fläche gemacht. Oh, wie gut! Das war ja nice! Das war ja nice! Ah, wie gut! Das war ja nice! Äh, was mach ich denn? Das hier. Boah, ich mach mal hier blau, blau, ne? Oh, das klingt nach Kontrolle. Ich bin ja mal gespannt, wenn es sich über die 15-9 hinauszieht. Alter, wir... Boah, ich bin ja so gut. 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 Boah, Alter, die machen ja so viel Schaden und wie überhaupt. Nicht hab ich das gehört. Ja, ich hab' ich das gehört. Wie sieht die Flüschwomme einfach dagegen? Ja, und das Schild ist echt gemein, weil das blockt alles und schickt es wieder zurück quasi. Ja, ich hab' keine Chance gehabt gerade. Hallo! Hahaha! Das ist echt... Alter, guck mir mal die Haare auf der Brust an. Oh mein, das ist ein Teppich. Ich hab' den Teppich umgeschnallt. Das ist ein Teppich. Die müssen... Der muss doch Feuer fangen, hör' mal! Wenn ich den angreife. So. Du kannst halt bei dem jetzt, den ich habe, sehr viel aufheilen, wie tatsächlich. Also wenn du ein Gegner haust, dass du dich heilst. Das ist cool. Was bist du eigentlich? Eher Fern- oder Nahkämpfer? Eher Fern-Kampf. Ihr seid beide Fern-Kämpfer, glaube ich. Und wir sind beide Nah-Kämpfer, oder? Ja, das ist total doof eigentlich. Aber ich würd' sagen, wir müssen eher auf Kira gehen. Hallo! Eigentlich. Ja, aber wenn der Gekko bei mir ist, dann muss ich den irgendwie beackern. Nein, doch nicht so. Wohl, wohl, wohl. Sagt sie, sie will auf Kira gehen und dann geht sie auf Gekko. Ja, ich komm nicht ran. Kira ist ziemlich down. Auf Kira, auf Kira, auf Kira! Nein! Oh, ich bin down! Oh, Roland! Ja! Okay! Oh, gotcha! Jawoll! Oh, das ist... Schön reagiert, oder? Oh, Roland! Oh! 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 Tatsächlich, also. Ihr habt halt viel Schutz gehabt, der euch gerettet hat. Der Schaden ist ja ausgeglichen. Wir haben sogar wegen der Schaden gemacht. Wir werden wahrscheinlich... Das ist das... Man kann auch gar nicht auf die Champion-Wahl reagieren eigentlich, ne? Es gibt ja keine abwechselnde Wahl, wie es bei den Mobas irgendwie der Fall ist. Also, wir haben doch nicht mehr geblockt. Gut! Wie dem auch sei, in der nächsten Folge sehen wir mehr von dieser Schlachterei. Bis dann! Tschüss!